Ich habe diese Frage erwartet. Ich glaube, es gibt sogar eine Anleitung für einige Drogen auf Wikipedia. Die gefährlichste Chemikalie, mit der ich bislang gearbeitet habe, war das reine Diethylzink. Ich glaube, das war im Studium schon am gefährlichsten. Mit Kohlenstoff kann man alles machen. Mittlerweile machen wir daraus sogar Magnete. Wir waren sehr in der Nähe von der Explosion. Fast jede Woche muss man schon irgendwas anfassen, was lebensgefährlich ist. Mein Name ist Pavel. Ich bin Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der physikalischen Chemie. Ich bin Zlata und ich arbeite im Bereich organische Chemie. Hi, ich bin Nadja. Ich bin Promotionsstudentin in der physikalischen Chemie an der TU Dresden. Mein Name ist Bernd Pietker und ich bin hier an der TU Dresden der Professor für organische Chemie I. Ich bin Thomas Heinrich. Ich bin Professor für theoretische Chemie. Hallo, mein Name ist Julia Krote und ich bin Gruppenleiterin am Institut für anorganische Materialchemie. Man sagt, Chemie ist, wenn es knallt und stinkt. Warum gefällt dir das? Weil es tatsächlich gar nicht mal so oft so ist. Und wenn es knallt und stinkt, dann hat es meistens einen Grund und das ist doch ziemlich spannend. Diese Vorstellung, Chemie knallt und stinkt, kommt natürlich vor allem aus der Schule. Und man hat das Gefühl, dass natürlich dort es besonders häufig knallt und stinkt. Ich bin der theoretische Chemiker. Bei uns knallt und stinkt überhaupt nichts. Chemie ist nicht nur ein Labor sein. Es ist auch ein multidisziplinarischer Bereich. Chemie verbindet schön die Kreativität und diese trockene Wissenschaft. Und ich finde diesen Balance ganz schön. Verbringst du die ganze Zeit nur im Labor? Nein. Also zum einen, ich bin ja jetzt als Professor meistens gar nicht mehr so sehr praktisch tätig. Und zum anderen ist ja die theoretische Chemie nicht die Laborchemie. Also wir arbeiten im Wesentlichen mit Computern und Supercomputern. Klar, die Labore nehmen sehr viel Zeit. Man ist zum Teil sehr, sehr lange auf Arbeit. Wir verbringen ziemlich viel Zeit im Labor tatsächlich. Aber wenn wir im Labor sind, dann vergeht die Zeit immer sehr, sehr schnell und das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe viel Zeit im Labor verbracht während meines Studiums und dann natürlich während meiner Doktorarbeit. Mittlerweile habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr, wirklich ins Labor zu gehen. Man ist mit vielen anderen Dingen in der Professur natürlich beschäftigt. Aber ich würde gerne mehr Zeit im Labor verbringen. Und das ist, denke ich, eine Standardantwort, die auch viele meiner Kolleginnen genauso geben würden. In wenigen Worten, woran forschst du eigentlich? Ich arbeite mit Metall-Nanopartikeln für Elektrochemie und anderen Anwendungen. Ich arbeite im Bereich Medizinalchemie. Das bedeutet, wir entwickeln Wirkstoffe, die werden getestet. Wir verbessern diese. Ich forsche an Nanopartikeln. Das sind ganz, ganz kleine Partikel auf Nanometer-Skala. Die sind super, super klein und die haben sehr coole Eigenschaften. Wir versuchen im Prinzip, edelmetallartige Reaktivitäten in Katalysatoren nachzubauen mit eisenhaltigen, komplexen Katalysatoren. Das hat Vorteile nicht nur preislicher Art, sondern Eisen ist auch, wenn es denn wirklich mal in die Umwelt gelangt, durchaus abbaubar und ist Teil der natürlichen Stoffwechselkette. Und wir sehen da große Vorteile. Wir simulieren chemische Prozesse. Wir versuchen im Computer das vorherzusagen, was die anderen dann im Labor nachstellen. Wir versuchen Materialien vor allem für verschiedene Anwendungen zu entwickeln. Im Moment ist der Fokus sehr viel im Bereich Energiespeichermaterialien, also zum Beispiel Elektrodenmaterialien für Batterien, für Supercaps oder auch für Brennstoffzellen. Was war die gefährlichste Chemikalie, mit der du bisher gearbeitet hast? Das ist eine schwierige Frage. Gefühlt jeden Tag arbeitet man mit gefährlichen Chemikalien. Da gab es einiges und ich wette, ich wusste es meistens nicht. Die meisten davon sind tatsächlich toxisch. Oft sind die auch krebserregend und man muss richtig aufpassen, dass nichts auf dich hinkommt. Das gefährlichste waren letztens vier Liter Königswasser. Das ist eine sehr starke Säure, die ich angemixt habe. Ich habe eigentlich immer das Glück gehabt, gar nicht mit so wahnsinnig gefährlichen Chemikalien arbeiten zu müssen. Ich glaube, das war im Studium schon am gefährlichsten. Ich weiß, ich hatte mal Zyanid in meiner Substanz, die ich zu analysieren hatte. Das wird heutzutage den Studenten gar nicht mehr gegeben. Da sind wir viel vorsichtiger. Die gefährlichste Chemikalie, mit der ich bislang gearbeitet habe, war das reine Diethylzink. Das ist sehr brandgefährlich und entzündet sich spontan an der Luft. Man braucht wirklich viel experimentelle Expertise, um das wirklich tatsächlich sicher und sauber durchführen zu können, ohne dass es brennt. Es hat nicht gebrannt. Ist bei dir im Labor schon mal was schiefgegangen? Na klar, es läuft meistens alles schief. Im Labor geht ständig was schief, deswegen bin ich ja theoretischer Chemiker. Ich hatte schon ein, zwei kleinere Unfälle. Da sind meistens Sachen entgegengekommen, die mir nicht hätten entgegenkommen sollen. Und ja, vielleicht sollte ich nicht weitererzählen dazu. Ja klar, irgendwas verschüttet oder irgendwas auf die Hand bekommen, aber nicht wirklich was äußerlich Gefährliches. Es geht jeden Tag etwas richtig schief. Ungefähr 90 Prozent der Experimente in unseren Laboren gehen richtig schief. Und die Frage ist, was ist richtig schief? Richtig schief bedeutet nicht, dass es Verpuffungen gibt oder eben diese Explosionen, sondern richtig schief bedeutet, das Ergebnis, was wir eigentlich erhofft haben, erhalten wir nicht. Ich würde sagen, dass wir haben keine Explosionen, aber wir waren sehr in der Nähe von Explosionen, weil es war Phosphorusprikusse und es war problematisch. Wie geht man dann damit um in solchen Situationen? Ruhe bewahren ist das allererste. Und das zweite ist, am besten sofort alles abwaschen, was man irgendwie auf die Haut bekommen hat. Weil man trägt natürlich Schutzkleidung aka Schutzbrille und Kittel. Aber trotzdem ist das Gesicht und der Hals frei. Das heißt Gesicht waschen, Hals waschen, was trinken, an die Luft gehen. Sowas in der Art. Du warst in der Schule die Einzige, die Chemie richtig leiden konnte, oder? Ja. Definitiv. Nein. Ich muss hier mal ein Nein reinschieben. Aus meiner Jahrgangsstufe haben alleine 15 Leute Chemie studiert. Aus dem Chemieleistungskurs selber sind drei Leute auch in der Großindustrie heute in leitenden Funktionen tätig. Und ich bin aber der Einzige, der tatsächlich dann an der Uni die akademische Karriere bis zur Professur erklommen hat. Wir hatten einen Chemieleistungskurs gehabt mit einer wirklich, wirklich coolen Chemielehrerin. Und tatsächlich sind aus meinem Leistungskurs, wir waren ich glaube so 15, 16 Leute, sind vier Leute dann auch hierher zum Chemiestudium gegangen. Nein, es waren drei Leute. So nicht eine Person, aber es waren drei Leute. Ich war in Spezialklassen für Chemie und da konnten wir alle Chemie sehr gut leiden. Stimmt es eigentlich, dass man ohne Promotion gar keine fertige Chemikerin ist? Nein, das ist eine Entwicklung, die halte ich für total problematisch. Die kam irgendwann in den 70er, 80er Jahren auf. Es war tatsächlich, also zumindest als ich studiert habe, war das immer klar, dass nach dem Studium auch die Promotion noch kommen wird. Ja, in Deutschland ist es schon so, dass die meisten Chemiker, ob Industrie oder in der Forschung, also in der akademischen Forschung promoviert sind. Es wurde, glaube ich, in den letzten Jahren ganz, ganz oft so gesagt, dass man irgendwie promovieren muss, damit man noch einen Job bekommt. Aber ich glaube, das ändert sich mittlerweile und auch sowohl mit Bachelor als auch Master hat man wirklich gute Aussichten. Ich glaube, es gibt mittlerweile schon auch studierte Chemiker, die in der Industrie ohne Promotion Fuß gefasst haben. Ich würde mir wünschen, dass die deutsche Industrie sich da ein bisschen mehr an dem orientiert, was eigentlich außerhalb Deutschlands schon der Standard ist. Nämlich, dass die promovierten Wissenschaftler in die Forschung gehen und dass man aber nicht immer promovieren muss, um einen guten Job zu bekommen. Ihr könnt alle Drogen kochen, oder? Natürlich. Na klar. Ja. Ich habe diese Frage erwartet. Ja, auf jeden. Ich bin ja Organiker. Denkt ihr, wir bleiben umsonst so lange im Labor? Ich glaube, es gibt sogar eine Anleitung für einige Drogen auf Wikipedia. Aber wir haben sie bisher noch nicht nachgekocht und wir haben es auch nicht vor, tatsächlich. Nein, nein, ich kann nicht. Ich arbeite in physikalischer Chemie, so kann ich nicht Drogen machen. Aber wir müssen diese Frage an organische Chemiker stellen. Ich weiß nicht, was sie machen mit diesen Büchner Kolben. Suspicious. Hast du ein Lieblingselement? Äh, Eisen. Wolfram. Kohlenstoff. Mit Kohlenstoff kann man alles machen. Mittlerweile machen wir daraus sogar Magnete. Ich glaube tatsächlich, äh, Gold ist ziemlich cool. In der Bachelorarbeit, das war Vanadium und dann es war Carbon. Und jetzt, ich würde sagen, das ist, äh, Gold. Ja, so das. Ich mag Gold. Es ist nicht nur das Gold, was man denkt, was man halt jetzt irgendwie im Schmuck kennt, sondern Gold hat echt ziemlich coole Eigenschaften, wenn man auch vor allem auf die Nanometer-Skala runtergeht. Und ja, Gold ist cool. Also mein Lieblingselement ist Bismuth. Das steht in der fünften Hauptgruppe, sechste Periode, also relativ weit unten im Periodensystem. Das Besondere an Bismuth ist, das ist das schwerste nicht-radioaktive Element, das es noch gibt. Also genau genommen ist es auch schon radioaktiv, aber die Halbwertszeit von Bismuth liegt, ja, bei ein paar Trillionen Jahren. Und wenn wir in die Nachbarschaft von Bismuth gucken, also da haben wir diese ganzen extrem schweren Metalle mit ganz schweren Atomkernen. Und diese Schwermetalle, die haben eigentlich alle diese unschöne Eigenschaft, dass sie eben, ja, toxisch sind. Und Bismuth ist das Einzige in dieser, ja, unangenehmen Nachbarschaft eigentlich, das überhaupt, oder so gut wie keine Toxizität aufweist. Die Einstufung ist so, dass es eine Zulassung für die Lebensmittelindustrie und auch für medizinische Produkte hat. Und dadurch alleine ist es eigentlich ein sehr besonderes Element. Und wie bekommt man einen Laborkittel eigentlich wieder richtig weiß? Mit der Zeit? Nee, eigentlich gar nicht. Neuen kaufen. Die Laborkittel sind weiß nur am Anfang, die erste Woche, wenn überhaupt. Man trägt ihn mit Flecken und jeder Flecken ist eine Ehre. Und wenn er dann komplett verfleckt ist, muss man sich entscheiden, ob man sich trennt oder das Ganze zu einem Stilelement erkürt. Das Lieblingselement der Sitzgelegenheit ist natürlich Wasserstoff, denn Wasserstoff ist auf der Eins, genau wie die Sitzgelegenheit bei euch, wenn ihr jetzt abonniert. Die letzte Folge des Formats findet ihr hier oben in der Endcard mit Erstis, der TU Dresden und darunter ein weiteres Video von unserem Kanal. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017